Alter Falter, was ein Geschoss. Aber die jungen Dinger da, die kennen ja gar nichts. Ja, Kinder, dann hat dir das Wenderschulmädchen mal schön den Balkon rausgeholt. Ach, was sag ich Balkon? Eine ganze Steilküste, die jeder. Eine ganze Halbindelattie da vorne dran. Angebote für ein Porno soll es ja auch schon gegeben haben. Und wie der heißen wird, wissen wir ja wo alle. Ja, sie gibt dem DJ, sie gibt dem DJ. Wer unser Schlageaffe hier schön die Weintraube vernaschen darf, muss seine ehemalige Trockenflaume im Dschungel die Känguruhoden lutschen sein. Was ich immer sage, heute ist es wie beim King Kong. Da kriegt der größte Affe die geilste Schnalle. Und das kommt dem Wender natürlich so gut. Ach, wir gehen sehen noch weiter. Puh, 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 puh.